Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 8. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 950. Etwas später, dafür direkt aus den verschneiten Bündner Alpen, kommen die heutigen Nachrichten. Ikea G3, Mars 2020, Google Play Music und Huawei Watch GT2 Pro. Ich beginne gleich mit Ikea. Im letzten Herbst haben sie angekündigt, dass sie untereinander mit Asus, also der Untermarke ROG, einen Gaming-Möbel oder Gaming-Peripherie anbieten möchten. Das Ganze ist jetzt ein bisschen konkreter geworden, startet auch zuerst mal in China, später dann, also man rechnet so circa mit Herbst, dann auch weltweit in sechs verschiedenen Kollektionen. Die grösste oder die preisintensivste, die Upsell-Kollektion, die soll eben in Mitarbeit von Asus ROG entstanden sein. Da haben eben die Gaming-Spezialisten von Asus mit eingewirkt und mitgeholfen. Zusätzlich hat man auch noch Namen wie, und das kann ich jetzt nicht aussprechen, Huvudspelare, Updespelare. Am besten lest ihr das gleich selber durch. Links wie immer auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da könnt ihr das Ganze nachlesen, wie die einzelnen Kollektionen heissen. Die anderen fünf Kollektionen, von denen ich jetzt nicht alle aufgezählt habe, die sind von Ikea allein designt und entwickelt worden. Nur die, sagen wir jetzt mal, Premium-Schiene wurde eben in Zusammenarbeit mit ROG erstellt. Ich bin mal sehr gespannt, was da alles kommen wird. Allesamt soll es jeweils ein Tisch und ein Stuhl sein und eben noch zusätzliche Hardware. Aber preislich liegt das Ganze etwas um die 500 Währungseinheiten. Ich bin ja sehr gespannt, wie das dann schlussendlich wird. Weiter geht es mit Acara. Immer wieder mal ein Thema beim Lebensmart.ca-Blog, aber auch im Geek Talk. Da die kleinen Gadgets, die kleinen Smart Home-Produkte. Auch im letzten Jahr habe ich euch vorgestellt die neue G2-Kamera, eine Homekit-fähige Kamera. Jetzt soll eine neue kommen, eine, die auf dem Namen G3 hört. Die hat den grossen Vorteil, dass der Hub, den ihr dazu benötigt, gleich mit integriert sein soll. Wichtiger Hinweis aber an alle, die sich eine G2 gekauft haben, ne, ihr müsst nicht gleich upgraden, denn die ist nicht Homekit-fähig. Weiter geht es. Also, die steuert im ZigBee 3.0-Format die anderen Geräte an und damit könnt ihr das Ganze als Schallzentrale verwenden. Aber wie gesagt, eben nicht im Apple-Ökosystem, zumindest nicht integriert ins Apple Homekit. Weiter geht es mit dem Mars. In diesem Monat noch, am 18. Februar genau gesagt, um ca. 21.55 Uhr, könnt ihr in einem Livestream zuschauen, wie die NASA mit dem neuesten Land Rover auf dem Mars landen wird. Ich hoffe mal, dass das alles klappt und glimpflich abläuft und werde da ziemlich sicher live mit dabei sein, wenn es geht natürlich auch mit meinen Mädels. Nun ist soweit Google Play Music. Wir haben es euch am letzten August angekündigt, dass man da die Musik abziehen sollte, weil das Ganze eingestellt wird. Jetzt ist soweit, noch in diesem Monat wird Google Play Music endgültig eingestellt. Also somit noch schnell, schnell rüber switchen, wenn ihr dann noch könnt. Auf jeden Fall sicherlich kein verkehrter Weg. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis auf das neueste Video im Pogipsy Network. Es geht um die Huawei Watch GT2 Pro, die neue Pro Smartwatch aus dem Hause Huawei, die extrem edel wirkt und auch verarbeitet ist. Keramik auf der Rückseite, Titanium beim Rahmen, Saphirglas über dem AMOLED-Screen. Ich schaue gerade auf die Uhr und es ist schon noch relativ früh, 20 vor 11. Ja, eine schicke Uhr. Wie gesagt, wenn ihr mögt, der Link ist natürlich in den Shownotes mit drin. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.